Heute brauchen wir die Ergebnisse, ne? Ist klar. Ja? Okay, fast. So, wie sieht's denn? Es ist viel zu tun. Ja, nein. Es geht immer alles nur nicht an. Das kann ich auch nicht sagen. 16 Uhr müssen die Freigaben auf. Ist bewusst. Du bist alles nicht dankbar. Nein, natürlich kein Problem. Wir holen Sie ja die Wirsle, aber danke für Ihr Interesse. Sind Sie immer noch nicht fertig? Das glaub ich doch. Kann das so schwer sein, diesen Stand zu testen? 16 Uhr war die Ansage. Wie soll das sein? Sie können es doch einfach nur testen. Es kann nicht sein, wirklich. Wie lange brauchen Sie denn noch? Es wird doch nur getestet werden, wo eine Scheiße ist. Ich fasse es nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Immer das letzte Mal. Was? Der Mann, der kennt kein continuous Testing. Was? Sie kennen kein continuous Testing? Aber das ist doch nicht so schwer. Das kriegen wir auch hin. Das schauen wir gemeinsam. Über eine Million Tester in Deutschland kennen kein continuous Testing. Wir helfen. Tristronic. Schreib dich nicht ab. Lern auch du. Continuous Testing.